Hallöchen meine lieben Lootfreunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge RimWorld hier bei eurem Bombardien. Unsere Norwegian Forest Cat ist leider verkommen, das hilft nicht, die muss weg. So, und hier wird fleißig weitergebaut, gerade an unserer Kolonie. Und ich habe natürlich viele neue Ideen, die wir demnächst verwirklichen werden hier. Aber erstmal lasse ich hier die ganzen sterilen Böden bauen, das ist mir jetzt erstmal wichtiger. Wir brauchen mehr sterile Böden hier und Kitty ist glaube ich immer noch krank, oder? Ja, oh Gott, das ist so ätzend. Die ist immer noch krank, aber das ist natürlich der Vorteil dieser Fasermechaniten, die arbeitet wie ein Stier. Sagt man das so? Ich glaube schon, oder? Ja, ich denke. Die arbeitet wie nochmal was, sage ich euch. Das ist Wahnsinn. Was die gerade runterreißt, wenn sie nicht schläft, das ist heftig. So, hier wird fleißig gewechselt. Squirt, du hast jetzt aber kein Zeug, ne, hat kein Zeug angezogen, was er nicht möchte. Sehr gut. Okay, wir müssen auch unsere neuen Leute mal bewaffnen. Krojo hat ja Potenzial, sage ich jetzt mal. Ähm, deswegen gebe ich Krojo mal. Boah, was gebe ich denn dem? Irgendeine geile Fernkampfwaffe. Vielleicht zu Beginn... Eine MP. Zu Beginn kriege ich dann mal eine MP. Und viel Fraß ist ja eigentlich eher so nahkampfmäßig unterwegs, ne? Gehen wir mal einen Zeugshammer. Oh, was? Die Grippe. Sag mal, Peppermint wird auch nicht mehr gesund, ne? Mensch. So. Gut. Dann kann es ja weitergehen. Im Moment sehr viele Bauträger... Äh, Bauträger. Haha. Mensch. Bombi. Mir ist aufgefallen, ich kann nicht mehr so gut reden. Es ist, äh, es ist schrecklich. Ich sollte mich, und das meine ich ernst, ich sollte mich mal demnächst zum Arzt begeben. Ich habe Sprachfindungsstörungen. Wir haben sehr viele Bauaufträge offen. Das wollte ich eigentlich sagen. Ach, herrje. Es wird immer schlimmer mit mir. Es geht zugrunde. Ich werde alt. Ich glaube, es ist, äh, es ist, äh, ich weiß nicht. Ich werde einfach alt. Sagen wir es, sagen wir es, wie es ist. Ich werde alt. Ich werde schrecklich alt. So. Jetzt müssen wir ein bisschen warten, bis hier einfach alles ein bisschen mal in die Gänge kommt, ne? Die werkeln hier fleißig. Fizzy spielt ein bisschen Harfe. Wunderbar. Ich weiß nicht, warum Fizzy sowas machen muss, aber... Sag mal, Erika, was machst du hier auf diesem Thron, frage ich dich? Ach so, du lauschst. Oh. Erika findet es nicht gut. Erika findet es scheiße. Und beleidigt Fizzys Familie. Ja, Androide Nummer 736 und Androide Nummer 948. Das ist Fizzys Familie. Kann ich verstehen. Wäre ich auch sauer. Ja, die... Erika ist ein bisschen fertig, weil ihr Vater gestorben ist. Der hat ja angegriffen. Kann ich verstehen, dass er da ein bisschen knatschig ist gerade. Aber das hilft halt nicht, ne? Ich meine, ihr Vater war halt auch ein dummes A-Loch, der uns angegriffen hat. Und wer uns angreift, stirbt. Das ist ja logisch. Das wissen wir alle. Wir wissen, was passiert, wenn man den nördlichen Meerbusen angreift. Das endet nicht gut. Das endet nie gut. So, sehr gut. Das ist fertig. Also kommt hier nochmal eine Tür rein. Der wird den Weg nie nutzen, ne? Aber... Ich finde die Idee cool. Das ist nicht unbedingt spielentscheidend, was wir hier machen. Aber ich finde die Idee geil. Deswegen habe ich es gemacht. So, dann muss hier natürlich auch noch... Das hier ist ja... Feine Fliese aus Marmor. Das möchte ich auch hier haben. Das soll hier so einen schönen Weg haben, weißt du? Das muss dann natürlich noch alles geglättet werden und so. Können wir gleich mal in Auftrag geben. Komm. Die sollen jetzt mal richtig arbeiten. Die hatten jetzt die ganze Zeit nichts zu tun, die faulen Säcke. von der Baukolonne. Die dürfen jetzt mal... Die dürfen jetzt mal so richtig ranklotzen. Die sollen jetzt mal Hände machen. Und ich weiß nicht, ob die hier... Die... Ja, die werden... Irgendwann werden sie die Böden schon bauen. Ich gebe mal Kitty den Auftrag, hier weiterzubauen. Forschung ist mir jetzt wichtiger als das Krankenhaus. Um ehrlich zu sein. Und Vielfraß bastelt hier schon fleißig. Finde ich gut. Vielfraß bringt sich ein. Lernt hier schon ein bisschen Konstruktion. Man sieht es hier. Wie der Wert steigt. So langsam aber sicher. Und gleich hat sie ein Level up. Und dann hat sie immerhin Grundkenntnisse. Das ist schon mal gut. Und ihr seht hier, wie schnell die lernt. Vielfraß lernt wirklich schnell. Oh ja. Sehr schön. Du verfügst jetzt über die Technologie, um einen Fabrikationstisch zu bauen. Allerdings sind hierfür einige fortschrittliche Bauteile erforderlich. Die haben wir aber schon. Wir haben diese fortschrittlichen Bauteile. Das heißt, wir können jetzt endlich eigene Bauteile herstellen. Und das ist richtig gut. Das wird uns definitiv voranbringen. Das heißt, wir bauen jetzt hier diesen Tisch hin. Davor kommt natürlich sofort ein Sesselchen. Ist ja logisch. Und dann können wir uns Bauteile selbst herstellen. Ein Traum wird wahr. Also ich glaube zumindest, dass wir die fortschrittlichen Bauteile haben. Ja, vier Stück haben wir. Oh. Ah ne, zwei brauchen wir nur. Das ist gut. Das ist prima. Wo rennst du denn mit dem Essen hin, Maxon? Achso, der bringt das den Gefangenen. Okay. Okay, legt er einfach mal hier so hin. Schmeißt er hin. Und quatscht nochmal auf Grönli ein. Oder Grönli. Ist ein Schweizer, glaube ich. Der Grönli. So, erstes Zimmer ist übrigens auch schon fertig. Sehr gut. Das heißt, wir können hier schon mal anfangen zu glätten. Und wir können hier auch schon eine Tür einbauen. Nicht aus Jane logischerweise, sondern aus Holz. Und natürlich möchte ich dann hier auch einen Boden haben. Wir haben jetzt hier überall Marmorfliesen. Ich würde jetzt hier tatsächlich mal Granit einbauen. Ich glaube, Granit haben wir aktuell ein bisschen mehr. Ja, wir haben sehr viel Granit. Lass uns mal Granitfliesen einbauen in die neuen Räume. Ja, so langsam wird das Gewusel immer schöner. Ich mag das. Viel Frass, Level fleißig. Ist bald auf 4. Wunderbar. Toll. Im Moment brauchen wir einfach sehr viele Leute, die bauen können. Fabrikationstisch ist auch schon fertig. Und dann können wir jetzt Bauteile herstellen. So viel wir wollen. Aus Stahl. Das ist cool. Im Moment brauchen wir keine. Gott sei Dank. So, Viel Frass ist Stufe 4 in Konstruktion. Wunderbar. So manches schlägt noch viel, aber das ist okay. Ah, die ist echt gut. Also Viel Frass hat echt gute Werte. Das ist mega krass. Schneller Geher, schneller Lerner. Das sind gute Merkmale. Nach sowas bin ich immer auf der Suche. So, dann können wir hier gleich ein Bettchen bauen. Und das Zimmer ein bisschen einrichten. Wir müssen natürlich, wir müssen hier noch Strom hochkriegen. Machen wir mal so. Das hier gefällt mir auch noch nicht ganz so gut. Ich glaube, da baue ich demnächst noch eine Wand rein. Mit einer Tür oder so. Und dann geht da die Stromleitung durch. Mir gefällt das nicht, wenn die hier so auf der Stromleitung herumtrampeln. Das finde ich irgendwie nicht so cool. Und wir sehen, Squirt nutzt den Gang natürlich nicht. Aber ich wollte ihn haben. Hier oben ist eh noch relativ finster. Wir müssen ja jetzt auch ein bisschen aufpassen. Es kann jetzt durchaus vorkommen, dass wir Insektenbesuch bekommen. Weil wir haben jetzt doch sehr viel in den Berg hineingebaut. Das ist nicht ungefährlich. Kann ich euch sagen. Aber ich mag die Idee der Wohnräume im Berg drin. Cella hat einen Schießrausch. Wunderbar. Wir brauchen hier natürlich noch eine Kommode. So. Und ein Nachttischchen. So. Und fertig ist der Raum. Fürs Erste zumindest. Also ich glaube, ich baue hier tatsächlich eine Wand hin. Weil falls wir dann angegriffen werden oder falls irgendwelche unerwünschten Tierchen auftauchen sollten, kommen die dann nicht sofort durch hier. So. Und da hätte ich gerne eine möglichst gute Tür drinnen. machen wir erst mal Holztüren rein. Ich bin nicht zufrieden damit, aber das ändern wir dann noch. Sobald wir bessere Materialien haben. Wir brauchen wieder Holz. Machen wir mal eben hier. Nach dem großen Feuer ist ja alles schon mehr oder weniger wieder nachgewachsen. Und gerade würde ich echt sagen, läuft das. Und zwar wahnsinnig gut sogar. Wir kommen gut voran. Und wenn das so weitergeht, haben wir bald wunderschöne Zimmerchen. So. Hier ist alles fertig. Erst mal. Das heißt, wir sollten jetzt maximale Forschungsgeschwindigkeit erst mal haben. Genau. 125% aktuell. Das ist gut. Können natürlich jetzt noch hier ausbauen mit Research Counters. Ein Research Counter bringt, wenn mich nicht alles täuscht, 1%. Das heißt, wir bauen da nochmal ein paar ein. 134, das ist schon ganz geil. Ja, das gefällt mir. Jetzt sind wir bei 141%. Das ist gut. Können natürlich noch hier noch einen hinstellen, hier noch einen hinstellen. Den Analysator können wir auch zubauen, glaube ich. Hier bauen wir noch einen Counter hin. Und dann ist das Zimmerchen eh ziemlich vollgestellt. Mehr muss dann auch, glaube ich, nicht mehr sein. Ich weiß gar nicht, ob es da ein Maximum gibt. 147 sind wir jetzt. Ich glaube, das reicht. 147, das ist doch gut, oder? Das ist doch ein guter Wert. Können jetzt hier, ne? Wir können noch ein bisschen vollballern, aber ich lasse das jetzt mal so. 147 reicht uns. Das geht jetzt, das geht jetzt eh ruckzuck mit der Forschung immer. Gut, und dann können wir jetzt hier die Stromleitungen ein bisschen verlegen und die hier abreißen dann. Hätte ich jetzt natürlich auch neu installieren können und so, aber so. Dann sieht das alles ein bisschen besser aus. Hier sind die schön versteckt. Und klar, die Tür kostet so ein bisschen Zeit, wenn die da durchlaufen müssen, aber ich finde, es ist auch wichtig, ein bisschen auf die Ästhetik zu achten. So, Kroyo kriegt sein Zimmer hier oben. Hier muss natürlich auch noch ein Boden rein. Mal Granit fließen. So. Und ich glaube, Kroyo ist gar nicht so unzufrieden mit dem Zimmer, oder? Ich glaube, das ist in Ordnung. Da ist mal echt ein Mega-Ausbau hier. Alter Finne. Alter Finne. Und wir sollten tatsächlich auch die Verteidigung nicht außer Acht lassen. Das ist auch nochmal so eine Geschichte. Da müssen wir mal gucken. Ich würde ganz gerne erstmal hier zumachen. Wieder. Damit die, damit der Strom hier wirken kann, sozusagen. So, und dann würde ich... Ah, Mist, da können wir wieder nicht bauen, ne? Ah, blöd ist das. Aber hier geht's so weit. So, und dann würde ich nämlich auch neu installieren. Dann würde ich nämlich hier einen hinpacken. Den anderen hier hinpacken. Und würde hier so eine Mini-Killbox gleich bauen. Hier oben noch einen hin. Das heißt, wer hier reinkommt, kriegt sofort auf die Nase. Das wäre das Ziel. Und hier wird schon wieder rumbeleidigt. Das gefällt mir gar nicht. Ich hab's genau gesehen. Es wird hier nicht beleidigt. Und ich glaube, wir müssen auch mal hier die üppigen Mahlzeiten ein bisschen hochstellen. Machen wir 50 üppige Mahlzeiten. Was ist denn los? Wer jammert denn? Wer hat dir gejammert? Wie geht's eigentlich unserem schwangeren Bärchen? Drittes Trimester. Sollte bald kommen. Hoffe ich. Bärenzucht läuft. Fifras, Stufe 6 in Konstruktion. Sehr gut. Krojo wird beim Pflanzen immer besser. Also wir müssen tatsächlich demnächst mal dieses Gerät zum Entwässern freischalten in der Forschung. Das ist auch wieder ein schöner Flickenteppich, aber ich würde sagen, das passt schon. Es gibt so viele Sachen, die wir noch vorhaben. Hier muss noch hier muss noch eine Versorgung hin, damit das Gefängnis autark läuft. Also dass die quasi nicht immer Essen rüberbringen müssen. Das muss noch getan werden. Oh, es gibt echt noch viele Sachen zu tun. Natürlich die Zimmer müssen wir noch einrichten. Ich möchte auch die Zimmer hier so ein bisschen verschönern, die bisherigen. Die sind nämlich auch noch nicht so der Brüller. Ja, das können wir nicht machen. Dann natürlich die Verteidigung noch ein bisschen besser regeln. Die ist natürlich noch fernab von irgendwie perfekt. Ganz im Gegenteil sogar. Das ist tatsächlich ein bisschen gefährlich, was wir hier machen gerade. Also wenn wir mal richtig angegriffen werden, werden wir ein Problem bekommen. Das kann ich jetzt schon sagen. Und das gefällt mir gar nicht. Also mal so überhaupt nicht. Aber im Moment kann ich nicht anders. Warum wird hier... Ah. Nein, hier kommen nur Steinblöcke hin. Leute, ich bitte euch. Und meinetwegen noch so Sachen wie Silber, Stahl, Uran, meinetwegen noch. Weil das ist Zeug, das kommt hier raus. Aber doch bitte kein Holz. So, ich glaube, das sollte passen. Ja, der kann... Ich weiß nicht, ob das noch rauskommen kann hier. Aber jetzt müsste es passen. Er ist eh bald fertig. Der Steinbruch. Der ist eh bald durch. 88% hat er schon. So, hier können wir auch schon wieder anfangen zu glätten. Tür rein. Buden rein. Schwupps. Ab die Post. Vielleicht sollten wir hier auch noch mal eine Tür reinballern. Damit Bauprojekte an der Stelle auch ein bisschen schneller erledigt werden können. Wer weiß, was wir hier noch alles machen. Hier muss auch noch eine Bodenfliese natürlich rein. Ach, so viel zu tun, Leute. Ich sag's euch, so viel zu tun, ich komm gar nicht mehr klar. keine Steuerabrechnungen. Ja. Das ist mir durchaus bewusst. Random Event. Die Bürger ihrer Fraktion. Ja, ja, ja. Die Bürger meiner Fraktion. Wir haben keine Bürger. Wir haben nur Sklaven. Oder so. Gut, hier muss natürlich noch eine Lampe hin. Hier muss auch noch eine Lampe hin. Hier muss noch eine Lampe hin. Und den ganzen Spaß müssen wir natürlich so ein bisschen verbinden. so. Es werde Licht. Okay. Paralogos spielt Billiard. Wunderbar. Gut. Das Zimmerchen ist auch fertig. Das heißt, wir können ein Bettchen bauen. Wir können Nachttisch bauen. Wir können Kommode bauen. Damit sollte jeder glücklich sein. Hier wird schon wieder beleidigt. Das ist echt schlimm. Erika ist echt das so eine kleine Das ist so eine kleine Meckerziegel. Ach, sie wurde beleidigt. Okay. Ach, right. Aber Erika hat vorher right beleidigt. Das muss man jetzt auch dazu sagen. Die ist echt häufig die ist echt häufig am beleidigen. Alter Schwede. Erika. Was ist mit dir los? Sehr schön, dass dass sie mit Squirt gut klarkommt. Ey, was ist mit der los? Das ist Wahnsinn. Hat sie schon wieder beim rausgehen. Habt ihr das gesehen? Beim rausgehen hat sie schon wieder beleidigt. Was hat sie gesagt? Den Charme von right hat sie schamlos Ey, Erika Da müssen wir mal reden glaube ich So geht das nicht Ich finde ich finde right ist ein ganz charmanter Kerl Das ist schon ein bisschen frech Kann ich nicht gut heißen So Damit haben wir das Bett für Vielfraß auch noch Wunderbar Vielfraß Hat auch ein Bettchen und ein Zimmerchen Und kann dann hier pennen Wunderbar Toll Krojo und Vielfraß Alle glücklich Alle froh Wurde zwar beleidigt von wem denn Boah Das ist aber gemein Squirt bezeichnet sich die Oma von Vielfraß als Wicht Squirt Das hast du doch nicht nötig Oder? Warum schläfst du eigentlich mit Hut? Ich verstehe euch nicht Maxon hat einen Laufrausch Wunderbar Das heißt er läuft jetzt wieder normal schnell Er ist ja ein bisschen kaputt Wir forschen daran Weiterhin Naja gut Aber Das soll es jetzt für heute gewesen sein Ich bedanke mich wieder recht herzlich bei euch fürs Zuschauen Gebt diesem Video gerne eine positive Bewertung und schreibt mir einen lieben Kommentar Ich freue mich drüber und bedanke mich schon mal im Voraus dafür und ja ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag Macht's gut Ciao gut wo es Balls Untertitelung des ZDF für funk, 2017